Bereits zum vierten Mal macht Live Radio Summer Splash, macht Frank Station. Ja, also uns taugt es voll, weil es ist immer, recht viele Kinder sind da und jeder gefreut sich und ja, wir haben ganz viel Spaß. Wir freuen uns immer sehr, weil das einfach eine nette Veranstaltung ist für unsere Kinder, zusammen mit der örtlichen Feuerwehr. Da gibt es immer diese Wasserfontänen und es wird auch ein Programm von Live Radio angeboten. Selber nütze ich die Zeit, dass ich die Mammes und die Kinder mit Gratiseis versorge. Da haben wir glaube ich zwei, drei hundert auch bestellt und auch unsere Sonnenbrillen werden fleißig verteilt. Schuhe, du? Blaue. Magst du zwei? Nur zwei machen wir. 30 Sekunden. Wir warten uns vom Summer Splash eine ziemlich gute Abkühlung und es ist heute ziemlich heiß. Wasser haben wir mit in Summe 10.000 Liter, das ist da jetzt von uns aus gesehen auf der rechten Seite unser Tankwagen, das ist das Großtanklöschfahrzeug, da sind 10.000 Liter Wasser mit und wenn dieses Wasser nicht ausreicht, dann haben wir ein Hydrantensystem angezeigt und von dort fließt ausreichend Wasser nach. Schönen Nachmittag, ein lustiger, der heute bei heißem Wetter stattfindet, auch wenn sie sich über Linz ein bisschen zusammenbaut. Ich hoffe, dass das nicht kommt und wir versuchen einfach die nächsten Stunden glücklich und zufrieden am Stadtplatz dieses Sommersplatte aufzuwickeln. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schönen Nachmittag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schönen Nachmittag. Untertitelung des ZDF, 2020